Unter dem Motto Zukunft für alle, jetzt handeln, ruft Fridays for Future am Freitag zur weltweiten Klimademo auf. In Österreich ist der Protest mit dem Ziel, Druck auf die Politik auszuüben, damit diese auf die Wissenschaft hört und die Klimakrise bekämpft, in mehr als zehn Städten angekündigt. Von Bundeskanzler Karl Nehammer erwartet sich Fridays for Future die Einberufung eines nationalen Klimakatastrophengipfels. In Kärnten wüteten schwere Gewitter mit Starkregen und Stürmen, die Kirchtürmer und Häuser in Mitleidenschaft zogen. Es kam zu Murenabgängen und Überflutungen. Bäume wurden entwurzelt, ganze Wälder lagen umgeworfen da. Allein im Juli wurden in Tirol beeindruckende 600.000 Festmeter Schadholz registriert. Die verheerenden Unwetter legten Zuggleise lahm und brachten den Verkehr zum Stillstand. Das ist die Bilanz des heurigen Sommers. Diese Unwetterereignisse sind an niemanden spurlos vorbeigegangen, so Clara König, Pressesprecherin von Fridays for Future. Alle haben es mitbekommen, nur anscheinend einer nicht, der Kanzler. Sie vermisst klare klimapolitische Antworten von Bundeskanzler Karl Nehammer. Ein führender Politiker muss ihrer Ansicht nach alles dafür tun, um die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern. Deshalb fordert König die Einberufung eines Klimakatastrophengipfels, der die Bundesregierung und Landespolitik einbindet. Ziel sei es, eine Zeitwende in der österreichischen Klimapolitik einzuleuten. Die klimapolitische To-Do-Liste sei am Explodieren. Einsatzkräfte spüren die durch die Klimakrise ausgelösten Katastrophen immer stärker. Laut Bernhard Steindl, einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, sorgen die steigenden Einsatzzahlen dafür, dass die Bevölkerung vor den immer stärker werdenden Katastrophen halt kaum mehr geschützt werden können.